So, weiter geht's, hier bei Clock Tower 3. Und ich mag diese Scheren-Leute nicht. Boah, Tür. Okay. Was ist das? Mhm. Da rein! Kein Wasser. Okay. Mhm, es lässt sich nicht öffnen. Ah, okay. Ein Portalfeld. Wenn ich nur diese Tür öffnen könnte. Guck dir das doch mal an. Ja. Okay, das haben wir schon mal auf. Brauchen wir noch zwei weitere Schlüssel? Nee, noch nicht. Was steht denn hier Schönes? Gar nichts. Oh Gott. Oh, und sie guckt so doof da hinten. Oh Gott. Lauf! Lauf! Nur wohin? Hier hin, hier hin. Da versteck. Ja, lauf vorbei. Das ist gut. Ich seh übrigens gerade, ich hab die falschen, äh, Filter hier eingestellt. Und das könnte jetzt ein bisschen anders aussehen hier. Dieser Teil. Boah, hör's weg. Raus. Gut. Dann gehen wir jetzt mal da durch dieses Loch. Ja, steh auf. Och, da hab ich echt immer irgendwie Probleme mit. Was ist das? Ein Spiegel. Hey, toll. Und da ist irgendwas drin. Warum gehen bloß die Schranktüren nicht auf? Sie sind nicht kaputt. Es muss einen anderen Weg geben, sie zu öffnen. Ja, okay. Mhm. Gut. Dann gehen wir doch mal wieder zurück. Und hoffen, dass dieser Scissor-Man da nicht mehr kommt. Oder Scissor-Woman. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da ist was. Ja. Ja. Verwenden. Da ist nämlich irgendeiner hinter mir. Da hab ich gerade keine Lust drauf. Oh Gott. Oh Gott. Wo? Okay, also sie ist in dem einen Raum und er ist in dem anderen. Also in der einen Welt. Freigabe-Formular. Okay. Bin ich hier erstmal sicher? In diesem Raum? Ja, aber ich muss wieder raus. Oh nein. Ich will nicht. Oh Gott. Geh weg. Dumme Kuh. Äh, hier ist nichts. Hilfe. Gott. Geh durch. Schneller. Oh mein Gott. Steh auf. Ja, toll. Ah. Hoffentlich ist halt auch irgendwas Sinnvolles drin. Lavendelwasser. Ja, okay. Kann man immer gebrauchen. Geh ich einfach hier durch? Nein. Oh, dann muss ich jetzt warten, bis die weg ist. Ich hab ne Tür gehört. Ich hab ne Tür gehört. Na, das ist jetzt super toll hier. Schon wieder ne Tür. Ich geh jetzt einfach mal da durch. Ah. Gut. Ich steh auf. Das ist aber auch echt fies. Direkt mal zwei Verfolger. Dann noch so welche. Ne, das war der Raum, wo ich grad war. Ich hab Angst. Ah, okay. Was ist denn da noch? Auch nix. Ja gut, dann gehen wir runter. Da liegt was. Sicherlich nicht der... Ja, du sollst es hier nehmen. Foto eines Kindes. Jetzt haben wir Foto der Mutter. Foto eines Kindes. Da ist zu. Was ist da? Da ist was drin. Beschrifteter Schlüssel C. Jetzt fehlt uns noch einer. Ja. Gehen wir erstmal da durch. Nein? Ähm. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Gut, dass ich direkt da bin. Oh, nee. Ist das nervig? Ja, komm doch. Gott, ich hab wieder nicht auf die Uhr gekocht. Ob ich lange schon aufnehme. Ja, wo ist sie denn? Oder er? Da. Bleib bloß weg. Schön. Jetzt können wir raus. Jetzt würde ich mal sagen, müssen wir wieder nach oben durch den Spiegel. in diese andere Welt oder die andere Seite. Keine Ahnung. Und da den Schlüssel da benutzen. Gucken, ob das so klappt. Ja. Das war doch hier. Genau. Ja. Und jetzt. Und jetzt. Ich geh nochmal runter. Oh, falsch, falsch, falsch. Ich hab ja noch dieses Foto da vom Kind. Vielleicht muss man das irgendeinem Geist geben. Also Foto der Mutter, Foto des Kindes. Und dann hinterlassen die Geister einen Schlüssel oder so. Das kann ja sein. Das kann ja sein. Ich hab ja noch das. Ich hab ja noch.